Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zu einem ganz besonderen Video heute mal wieder. Heute möchte ich euch den Grund vorstellen, warum in den letzten paar Wochen so wenige Spezialvideos gekommen sind. Denn ich bin gerade am Umziehen. Das einzige Zimmer, das aktuell, naja, zumindest fast fertig ist, ich habe noch keine Deckenlampe und einige Schalldämmungen sind auch noch nicht da, ist mein Arbeitszimmer, wo ich natürlich auch meine Videos jetzt aufnehmen werde. Und ja, hier bin ich jetzt gerade auch drin. Ihr könnt das ganze Ding sehen, da haben schon ein paar danach gefragt, was für Gier benutzt du eigentlich, was für Zeug benutzt du? Und ich muss sagen, das Mikro ist zwar enorm wichtig, ich verlinke das auch in der Beschreibung, was ich da alles benutze. Ihr könnt es auch sehen und natürlich auch, was ich alles finde, verlinke ich euch in der Beschreibung. Aber wichtig ist auch vor allem jetzt in diesem Zimmer hier die Schallisolierung und das könnte ich hier deutlich sehen. Dieses schwarze Ding an der Wand, das ist eine Schalldämmung, die habe ich selber gebaut. Und gleichzeitig noch meine Lampe, weil wie gesagt, aktuell habe ich noch keine Deckenlampe, aber ich finde das Ding sowieso viel cooler. Und genau, auf der anderen Seite an den Dachschrägen seht ihr auch diese Hexagons und sogar dieses Bild, dieses wunderschöne kleine fünfteilige Bild da oben. Das ist auch eine Schalldämmung, das ist alles schallabsorbierend, auch diese komischen, diese dreieckigen Dinger, die an den Ecken stehen. Das ist alles, damit es nicht allzu sehr Halt hier drin. Und trotzdem hört man es noch ein bisschen, finde ich. Das heißt, gebt mir ganz gerne Feedback, was ihr oder wie schlimm oder wie gut der Halt hier drin ist und wie gut meine Tonqualität ist. Ich kann das selber relativ schlecht einschätzen, würde ich mal so behaupten. Aber ich denke, es ist gar nicht so schlecht mittlerweile. Am Anfang war hier wirklich der Hall extrem, aber ich glaube, jetzt ist es ganz gut. Und ja, das ist jetzt mein neues Arbeitszimmer. Und genau deswegen, also weil ich eben gerade am Umziehen bin, habe ich aktuell natürlich nicht so viel Zeit gehabt, Videos zu produzieren. Das heißt, ich musste erstmal natürlich hier mein ganzes Studio aufbauen quasi, damit ich euch wieder guten Quality Content liefern kann. Und habe jetzt währenddessen eigentlich keine News gebracht, nur das Allernötigste an Spezialvideos, sprich Gamescom-Video. Das war das Einzige, was ich hier bisher aufgenommen habe. Und ja, Serien habe ich natürlich auch nicht weiter aufgenommen, denn es bringt nichts, wenn ich hier drin mit mega dem Hall aufnehme. Das macht einfach keinen Sinn. Jetzt ist fast alles da. Die letzten paar Isolierungen oder Dämmungen, Schallschutzdinger, Absorber heißen sie eigentlich, die sind noch in der Bestellung. Und die brauchen scheinbar noch länger. Habe heute eine E-Mail bekommen, aber hey. Genau. Und dann kann ich endlich wieder voll loslegen. Aber wie gesagt, das Arbeitszimmer ist das Einzige, das fertig ist. Ich habe aktuell noch nicht mal ein Bett. Ich habe nur eine Matratze auf dem Boden. Ja, also es ist noch sehr viel Arbeit hier, aber das Wichtigste steht, das ist das Arbeitszimmer. Und das heißt, ich kann euch jetzt endlich wieder Quality Content hoffentlich liefern. Und ja, ich dachte mir mal, ich zeige euch mal, was ich hier alles habe. Denn manche haben schon danach gefragt. Ihr seht, ich habe zwei Bildschirme. Wow, wer hätte es gedacht. Weil mit einem Bildschirm kann man relativ schlecht aufnehmen. Das habe ich gemerkt jetzt in der Zeit, wo ich bei meinen Eltern wieder gewohnt habe. Da hatte ich nur Platz für einen Bildschirm und das ging gar nicht. Und jetzt habe ich wieder zwei. Das ist sehr, sehr gut. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal zu viel Geld habe, gönne ich mir noch einen dritten. Aber das sei mal dahingestellt. Das brauche ich aktuell nicht so dringend. Mikrofon ist verlinkt in der Beschreibung. Das ist natürlich ein gutes, hoffe ich zumindest mal. Ihr hört es ja an meiner Qualität, hoffentlich. Und genau, ansonsten, ihr seht einen Haufen Festplatten. Ihr seht mein Headset, das leuchtet auch so ganz cool. Und natürlich mein Terminplaner. Das ist sowieso das Wichtigste überhaupt. Okay, genau. Ich verlinke euch einfach alles in der Beschreibung. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir das bitte hier rein unter das Video. Dann kann ich euch da noch genau mehr Informationen geben. Schaut vorher in die Beschreibung rein. Dort stehen dann auch vielleicht noch kleinere Updates, falls Fragen kamen, die vielleicht mehrere Leute interessieren oder sowas. Und ja, ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.